Frau Göring-Eckertz, Sie haben ja diese Woche für Aufsehen mit einem Einhorn-Tattoo gesorgt. Wären Sie denn bereit, wenn das die AfD aus dem Bundestag werfen würde, sich dauerhaft so ein Einhorn-Tattoo stechen zu lassen? Ja, also ja, kann ich ganz eindeutig. Ich habe zwar ein bisschen Schiss davor, deswegen kam das ja eben nicht so ganz spontan. Weil ich habe bisher noch gar kein Tattoo, also außer diese Kinderklebedinger. Aber auch das braucht eine Weile, bis es abgeht, wie ich festgestellt habe. Ja, dann bleiben wir gleich bei der AfD und steigen ein bisschen in die ernsteren Themen ein. Flüchtlingspolitik. Gauland sagt ja, dass der Staat die Kontrolle verloren hat im Thema Flüchtlingspolitik. Wie sehen Sie das denn? Ja, der Staat hat nicht die Kontrolle verloren. Das ist ja gerade, das ist auch das Rede von Herrn Gauland, der auch davon redet, dass irgendjemand Grenzen geöffnet hätte. Die Grenzen waren auf. Glücklicherweise haben wir in Europa offene Grenzen und darauf können wir auch stolz sein, sollten wir auch weiterhin. Aber was in der Tat ja ein Problem ist, ist das, was das Bundesamt für Migration und Flucht angeht. Wir haben als Grüne übrigens schon 2014, also vor 2015 beantragt, dass da mehr Leute eingestellt werden müssen, weil wir schon da gesehen haben, das wird nicht funktionieren mit der Anzahl von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, auch mit der Art und Weise, wie die Verfahren dort stattfinden. Und diese Behörde braucht dringend wieder Vertrauen und deswegen muss da auch schnell eine klare Aufarbeitung stattfinden, was ist da eigentlich gewesen und wie kann man daraus Schlüsse ziehen, die wirklich zu besseren Verfahren und zu schnellen Verfahren führen. Stichwort bessere, schnellere Verfahren sollen ja Ankerzentren die Lösung bringen, die Sie als ideologisches Prestigeprojekt der CSU bezeichnet haben. Was wäre denn Ihr Lösungsansatz? Wie könnte man die besser und schneller machen? Wir haben selbst einen Vorschlag gemacht in der letzten Legislaturperiode, der heißt Fast and Fair. Und das heißt, man braucht schnelle Verfahren mit mehr Mitarbeitern, mit mehr gut ausgebildeten Mitarbeitern. Sonst kann ja nicht sein, dass jetzt Leute, die im BAMF arbeiten und angestellt worden sind, in den letzten Jahren jetzt wieder entlassen werden, weil ihre Verträge nur zwei Jahre gingen. So ein Punkt. Zweiter Punkt, wir brauchen eine unabhängige Rechtsberatung und zwar von Anfang an. Wir haben so viele Fälle, wo Leute Einspruch erheben, dass auch ein gutes Recht dazu haben. Da bin ich wirklich anderer Meinung als Herr Dobrindt, der sagt, dass irgendwie eine Industrie, die versucht Abschiebungen zu verhindern, Nein, das ist unser Rechtsstaat, das macht ihn aus, dass man gegen behördliche Entscheidungen auch Einspruch erheben kann und sich einen Rechtsanwalt nehmen kann. Also insofern schnelle Verfahren, unabhängige Rechtsberatung, gerne auch in Zentren, aber nicht, indem man Leute ewig lange in Lager packt. Die Gewerkschaft der Polizei sagt ja zu Recht, dass sie Sorge haben, dass damit Aggressivität erst entsteht. Und da haben sie recht. Und wir haben auch recht, wenn wir sagen, man kann nicht Kinder über Monate in solchen Lagern lassen, wo sie nicht in die Schule gehen und wo sie nur konfrontiert sind mit einem einzigen Thema, nämlich mit Hoffnungslosigkeit, was ihre Situation angeht. Eine letzte Frage, wir sind ja fast unten angekommen. Sie sagen, die Ankerzentren werden mehr Probleme bringen, als dass sie Lösungen bringen. Ankerzentren werden wohl kommen. Welche Probleme stehen uns denn bevor? Ja, uns steht bevor, das, was die Gewerkschaft der Polizei sagt, dass es mehr Aggressivität geht. Uns steht bevor, dass wir Kinder haben werden, die ihre Kinderrechte, die sie ja haben nach der UN-Kinderrechtskonvention nicht in Anspruch nehmen können. Auf ein freies Leben, auf ein Leben mit Schule, auf ein Leben mit Ausbildung etc. pp. Und dem muss man Rechnung tragen, definitiv. Das muss auch Herr Seehofer. Und wir werden nicht Ruhe lassen, bis das auch tatsächlich umgesetzt worden ist. Heute kann ich nur warnen davor, das zu machen, wenn es tatsächlich geschehen sollte. Da habe ich auch ein dickes Ausrufezeichen an die SPD, dass sie das nicht zulassen. Okay, danke. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben und gute Weiterentwicklung. Bis zum nächsten Mal.